Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe von To Read or Not Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mikkel. Ja, erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge ist schon lange her. Ich habe geguckt am 2.5., also vor anderthalb Monaten kann man fast sagen, habe ich die letzte Folge aufgenommen. Da ging es ja um das Buch Ganzohr und das hatte Folgen, diese Folge. Es hat jemand Kontakt mit mir aufgenommen, der irgendwie so Literaturagent oder sowas in der Richtung. Und der hatte die Folge von dieser Folge gehört, im wahrsten Sinne des Wortes, und fragte, ob ich nicht Interesse hätte an einem anderen Buch, ein Rezensionsexemplar eines anderen Buches, wo der Autor mich sofort aufhorchen ließ und ich sagte, oh ja, gerne und so. Ja, und jetzt habe ich schon wieder ein neues Buch. Ich wollte eigentlich keine neuen Bücher mehr haben, ich habe noch so viele. Aber gut, das werde ich gleich, oder bin ich schon dabei, das zu lesen und das wird dann als nächstes vorgestellt. Und als wenn das nicht schon genug wäre, habe ich dann schon wieder noch ein anderes Buch vorbestellt, zum Glück vorbestellt. Also das kommt Ende August, glaube ich, raus oder sogar Ende September. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr das mitbekommen, aber ansonsten werde ich da zu gegebener Zeit drüber sprechen. Ja, und dann kommen wir auch zum Buch. Das Buch, was ich heute vorstelle, trägt den Titel Darm mit Scham. Und der Titel Alles über ein unterschätztes Organ. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das Buch letztes Mal hieß Ganzohr Alles über unser Gehör und wie es uns geistig fit hält. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich hatte ja schon, als ich das Buch Ganzohr vorgestellt habe, gesagt, naja, das ist halt so ein Buch im Stil wie da mit Scham. Und ich habe, wenn man dann bei Amazon mal so ein Buch aufruft, dann schlägt er einem auch andere Bücher vor. Es gab, glaube ich, eins über die Lunge und eins über weiß ich nicht was. Also fast jedes Organ mittlerweile ist wahrscheinlich abgedeckt durch so eine Art Buch. Erschienen ist das Buch schon im November 2014. Ich bin also spät dran, was dieses Buch angeht. Und wir hatten das Buch auch lange. Ich habe nur nie daran gedacht, es zu lesen. Und die Autorin ist Gia Enders, nicht mit A Englisch ausgesprochen, sondern Enders mit E, geboren 1990 in Mannheim. Und ja, ist eine deutsche Sachbuchautorin und mittlerweile Ärztin. Und während ihres Studiums ist sie halt, ja, man kann sagen, berühmt geworden, weil sie 2012 den ersten Preis beim Science Slam gewonnen hat. Oder hier steht in Freiburg, Berlin und Karlsruhe mit ihrem Vortrag Damen mit Scham. Und dieser Vortrag ist auch auf YouTube ein Riesenknüller. Ich habe gesehen, der hat mittlerweile auch mehrere Millionen Aufrufe. Und ich weiß nicht, ob die erst nach dem Buch entstanden ist. Auf jeden Fall war sie halt so bekannt geworden durch ihren Science Slam, dass ein Vertrag, ein Vertrag, ein Verlag zu ihr kam und ihren Vertrag angeboten hat. Und sie dieses Buch geschrieben hat. Und ich hatte ja schon ein bisschen irritiert, war irritiert, als die im Buchpodcast über das Buch ganz so gesprochen hatten. Und da auch auf das Buch da mit Scham kam. Die so, ja, und man hört gar nichts mehr von der, ja, Leute, ganz einfach. Die hat diesen Science Slam gehalten als Studentin, hat ihr Studium weitergemacht, hat dieses Buch geschrieben und hat weiterstudiert und ist jetzt Ärztin und praktiziert als Ärztin, wenn ich mich nicht irre, sogar hier in Hamburg. Und hat jetzt mit Bücherschreiben einfach nichts mehr am Hut. Das war halt für sie ein einmaliges Projekt. Interessanterweise hat die Illustration für den Vortrag und für das Buch ihre Schwester, Jill Anders, gemacht. Ja, wie gesagt, sie hat ihr Studium abgeschlossen, ist jetzt Ärztin, steht hier noch was Interessantes. Und klar, im Fachbereich Gastroenterologie, also Verdauungsapparat. Ja, erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Da ist mir aufgefallen, das war, glaube ich, letzte Woche bei dem Verlag auch so, dass das auch ein Verlag ist, der unter den Nazis ziemlich gelitten hat. Ja, und zu dem Buch bin ich gekommen. Wie gesagt, wir hatten es schon lange, ich wollte es schon immer mal lesen. Und jetzt durch das Buch ganz so, habe ich gesagt, so, jetzt bist du gerade in dieser Thematik drinne. Ich nenne es mal so populäre Wissenschaftskommunikation in Buchform. Dann liest du das jetzt auch mal. Ja, zum Inhalt des Buches. Ja, es geht eigentlich oben los. Ich hätte gedacht, es geht jetzt wirklich nur um den Darm. Aber es geht halt um den gesamten Verdauungstrakt. Und der geht eben oben los beim Mund. Und da habe ich gleich was Interessantes erfahren, dass der Speichel verantwortlich ist für den Zahnstein. Zahnstein, weil der Speichel eben auch Sachen wie, ich glaube, Calcium oder Kalium oder beides enthält. Und dieser Speichel spült eben immer so gegen die Zähne und um die Zähne herum. Und natürlich vor allen Dingen, weil die Speicheldrüsen, die ständig arbeiten, nicht nur beim Essen, sitzen eben unter der Zunge. Und deshalb betrifft das hauptsächlich den Unterkiefer, hauptsächlich die Schneidezähne vorne, innen auch. Und da fiel mir ein, ja stimmt, da habe ich den meisten Zahnstein. Und mein Sohn Justian, der auch sehr, sehr, ja, einen sehr regen Speichelfluss hatte, der hatte auch extrem viel Zahnstein, gerade im Bereich der vorderen Schneidezähne. Die Zahnärztin sagte dann immer ja, hm, Zahnstein bei ihm wegmachen, schwierig. Er ist ja ja nicht sehr kooperativ, aber sie meinte, es schadet auch nichts. Also der Zahnstein ist zwar nicht schön und macht vielleicht auch ein bisschen Mundgeruch oder so, aber sie sagte, wo Zahnstein ist, da kein Karies. Und das wäre natürlich richtig ein Problem gewesen, wenn er Karies kriegen würde. Hat er zum Glück nie bekommen. Ja, ähm, aber Speichel macht nicht nur Zahnstein, sondern auch froh. Und da lese ich mal was vor, was ich sehr verblüffend fand. Ohne unseren, also es geht darum, dass Speichel alle möglichen anderen Substanzen enthält, nämlich auch ein Schmerzmittel. Ohne unsere speicheleigenen Schmerzmittel könnte das noch schlimmer sein. Weil wir beim Kauen eine Extraladung solcher Speichelstoffe ausschütten, ist Halsweh nach dem Essen besser. Und auch kleine Wunden im Mund-Innenraum tun dann weniger weh. Es braucht nicht unbedingt Essen. Auch schon beim Kaugummi-Kauen kommen wir an unsere mund-eigenen Schmerzmittel. Mittlerweile gibt es sogar eine Handvoll neuer Studien, die zeigen, dass Opio-orphin antidepressive Wirkung besitzt. Funktioniert Frustessen vielleicht auch ein Stück weit über die Spucke? Die Schmerz- und Depressionsverhörschung der kommenden Jahre wird uns diese Frage vielleicht beantworten können. Fand ich sehr interessant, dass Speichel nicht nur Sachen enthält, die Zahnstein bilden, sondern auch, ja, körpereigene Schmerzmittel. Interessant fand ich dann auch ein Zitat von ihr. Der Mund ist einzig und allein die Eingangshalle zu einer Welt, in der Fremdes zu eigenem wird. Weil in dem Moment, wo wir Sachen zerkaut und geschluckt haben, sind sie ja Teil von uns. Kann man natürlich sagen, naja, wenn ich mich übergebe, ist es wieder draußen. Aber planmäßig wird es zu einem Teil von mir und wird vom Körper aufgenommen, natürlich bis auf die Reste, die übrig bleiben. Interessant fand ich, wo ich gestutzt bin, die Aussage, der Blinddarm ist zu nichts nütze und kann sich entzünden. Da dachte ich so, Moment, Moment, Moment. Erstens entzündet sich nicht der Blinddarm, sondern der Fortsatz und zu nichts nütze. Stimmt doch, glaube ich, auch nicht. Das wird später dann aber korrigiert. Da wird dann sogar sehr ausführlich erklärt, welche sinnvolle Funktion der Blinddarm und vor allen Dingen auch der Wurmfortsatz, welche Funktion die haben. Dann gab es noch den Tipp, dass man 25 bis 30 Prozent Fett in seiner Nahrung als Bestandteil haben sollte. Habe ich mal in meine Ernährungs-App geguckt. Ja, habe ich da auch so drinne stehen, so eingestellt. Da kann man nämlich sagen, ich möchte, also jetzt mal von der Kaloriengeschichte unabhängig kann man sagen, ich möchte so viel Prozent Kohlenhydrate, so viel Fett, so viel Eiweiß. Genau, und diese Prozentwerte kann man da selber einstellen, kann man theoretisch sagen, ja, ich will 50 Prozent Fett. Das ist wahrscheinlich nicht besonders gesund, aber man könnte es machen. Ja, geht dann weiter im Text, beziehungsweise im Körper, kommt Magen, Dünndarm, Dickdarm. Natürlich dann sehr ausführlich über Dünndarm und Dickdarm. Dann kommen in dem Zusammenhang noch beim Magen, kommen sehr ausführliche Ausführungen übers Kotzen. Auch Reisen und Seefahrt als Ursache fürs Übergeben, also Gleichgewichtssinn wird irritiert und so weiter. Wir sind also genau da, wo wir auch bei Ganzohr waren. Und dann war ich irritiert, weil Abhilfe soll gegen diese Übelkeit, genau wie im Buch Ganzohr soll es helfen, diesen Akkupressurpunkt P6 aus der traditionellen chinesischen Medizin zu drücken. Und da habe ich ja schon bei Ganzohr gesagt, also was ich so in einer schnellen Recherche rausgefunden habe, ist das mit dieser traditionellen chinesischen Medizin und der Akkupressur Humbug. Also ich kann mich gerne einer korrigieren, aber wie gesagt, wenn ich da so hier mal Wikipedia und da mal gucke und danach nach diesem Akkupressur oder so gucke, dann finde ich da nichts Handfestes, was sagt, ja, das ist wirklich so, das hilft wirklich. Ja, und dann geht es natürlich in diesem Buch sehr ausführlich, und das fand ich auch das mit das Spannendste, um den Zusammenhang zwischen Psyche und Darm. Und zwar schreibt sie dazu, eine völlig abwiegige Idee ist das nicht. 95% unseres körpereigenen Serotonins wird schließlich in Darmzellen produziert. Dort erleichtert es den Nerven die Muskelbewegung enorm und dient als wichtiges Signalmolekül. Verändert man die Wirkungen hier, könnte also auch eine ganz andere Meldung an das Gehirn abgeschickt werden. Das wäre vor allem dann interessant, wenn Menschen auf einmal von starken Depressionen heimgesucht werden, obwohl ihr Leben an sich ganz in Ordnung ist. Vielleicht muss nur ihr Bauch auf die Couch und der Kopf ist gar nicht schuld daran. Also, fand ich einen sehr interessanten Zusammenhang. Ja, dann hat sie noch ein interessantes Argument gegen den, ich sag mal selber, unnötigen Kaiserschnitt. Das ist ja so, Kaiserschnitt kommt ja immer mehr in Mode. Also, man hört das in erster Linie so von, sag ich mal, ist so das Klischee, so Promifrauen, die dann freiwillig oder aus eigenen Antrieben Kaiserschnitt machen lassen, weil sie sich die, was weiß ich, Strapazen oder sonst was der Geburt ersparen wollen. Das ist sicherlich auch ein bisschen Klischee, aber es gibt ein ganz medizinisches Argument dagegen. Bei Kindern, die per Kaiserschnitt geboren werden, dauert es Monate oder länger, bis sie normale Darmbakterien haben. Drei Viertel der Neugeborenen, die sich typische Krankenhauskeime einfangen, sind Kaiserschnitt-Babys. Sie haben außerdem ein erhöhtes Risiko, Allergien oder Asthma zu entwickeln. Laut einer amerikanischen Studie kann das Schlucken von bestimmten Lactopazillen das Allergierisiko bei diesen Kindern wieder senken. Bei normal entbundenen Säuglingen allerdings nicht. Sie sind sozusagen schon während der Geburt in den Probiotika-Zaubertrank gefallen. Also was damit gemeint ist, was im Buch erklärt wird, dass die wirklich beim normalen Weg aus dem Körper der Frau in die Welt schon mit irgendwelchen Sachen in Kontakt kommen, die sie dann sozusagen immunisieren. Also die ihre Darmflora positiv beeinflussen. Und beim Kaiserschnitt ist dieser Vorgang halt nicht gegeben. Ja, dann kommt ein Abschnitt, da geht es um die drei Darmtypen. Und da kommt schon wieder die traditionelle chinesische Medizin, wo ich denke so, wie gesagt, es würde mich echt mal interessieren. Ich habe nicht die Muße, mich da selber reinzulesen. Sie schreibt hier, Vertreter der traditionellen chinesischen Medizin besuchten damals das Institut in Heidelberg. Sie sahen eine Möglichkeit, ihre uralten Lehren mit moderner Medizin zu verknüpfen. In der klassischen chinesischen Medizin wird der Mensch seit jeher in drei Gruppen eingeteilt. Je nachdem, wie er auf bestimmte Heilpflanzen wie etwa Ingwer anspricht. Die Bakterienfamilien unseres Körpers haben unterschiedliche Eigenschaften. Ja, also wie gesagt, da wird diese traditionelle chinesische Medizin, von der wie gesagt mein Kenntnisstand ist, dass es nicht wirklich evidenzbasiert ist, wird da wirklich für wissenschaftliche Sachen herangezogen. Komisch. Ja, was im Zusammenhang mit diesen drei Darmtypen noch erwähnt wird, ist die Porphyrie. Ja, so spricht man das aus. Und das wird da erwähnt. Und ich dachte gleich so, das Wort hast du Porphyrie, hast du schon mal gehört? Und ich habe es dann wieder tatsächlich herausgefunden. Ich folge jemanden auf Twitter, die heißt Chaos Queenline. Und die hat in ihrer Twitter-Bio stehen, dass sie an Porphyrie erkrankt ist. Und das Interessante, was hier in dem Buch nämlich steht, dass wahrscheinlich Menschen mit Porphyrie der Grund sind, sozusagen der Grundstein sind für den Vampir, dass die Menschen auf die Idee gekommen sind, dass es so wie Vampire gibt, weil Menschen mit dieser Porphyrie zeigen so typische Dracula-Symptome. Ich muss jetzt selber mal kurz überlegen, was war das? Ja, also wie gesagt, die, ja zum Beispiel, die scheuen das Licht. Das hat jetzt nichts eben damit zu tun, dass sie Vampire sind im Gruselfilmsinne, sondern dass diese Porphyrie das wirklich auslöst. Was ich dann auch noch sehr spannend fand, weil es ja immer wieder Thema ist in Bezug auf Abnehmen. Es gibt ja so Leute, es gibt so diesen Spruch, ja, ich bin halt ein guter Verwerter. Ich esse wenig und nehme trotzdem zu. Und das wird, glaube ich, in dem Buch Fettlogik überwinden so abgetan, als das ist halt so eine Fettlogik, also so ein Mythos. Aber hier in dem Buch steht drin, dass es tatsächlich Menschen gibt, deren Darmbakterien mehr aus dem Essen rausholen als Otto-Normalbürger. Also wenn man dann sieht, so dieses Essen enthält so und so viele Kalorien, geht man ja davon aus, die werden dann eben, ja, gehen durch die Verdauung in den Körper über. Aber vielleicht schaffen es wirklich manche Menschen da, von den Kalorien, die im Essen drinne stecken, schafft vielleicht ein normaler Mensch nur, ich sag mal, 80 Prozent rauszuholen und in seinen Körper aufzunehmen. Und andere schaffen es vielleicht 90 oder sogar 100 Prozent aufzunehmen. Das heißt, für die gelten natürlich diese ganzen Kalorienregeln nicht. Also wenn man sich dann irgendwie so einen Kalorienbedarf ausrechnet, dann muss man da eigentlich nur, dürfen solche Menschen davon vielleicht nur 80 Prozent zu sich nehmen. Im Vergleich zu einem normalen Menschen. Dann kam noch eine Sache, die erinnerte mich an Holger Klein. Und ihr werdet gleich merken, warum. Wenn ich denn die Stelle finde. Ach so, ich habe die schon aufgeschlagen. Ich lese erst mal vor. Experimente können sehr unterschiedlich ausgehen. Je nachdem, ob man sie in einem Glaskolben oder in Opistoconta durchführt. Es ist dann eine Achterbahn der Gefühle, wenn ich in wissenschaftlichen Artikelsätze lese, wie das Bakterium L.plantarum LP91 kann hohe Cholesterinspiegel und andere Blutfettwerte deutlich senken, steigert das gute HDL und führt zu deutlich geringeren Arterioskleroseraten, wie man erfolgreich an 112 syrischen Goldhamstern zeigen konnte. Und Holger Klein erzählt, dass es so einen Twitter-Account gibt, der auch solche ähnlichen Meldungen, meist dann eben in Bezug auf Mäusen, einfach wie treated, einfach nur mit Großbuchstaben in Mais, also in Mäusen. Und hier ist es eben genauso. Das meint sie halt auch. Da wird so ein toller Zusammenhang nach dem Motto, oh, wir haben hier quasi das Wundermittel gegen hohen Cholesterinspiegel gefunden. Ja, bei Goldhamstern. Ob sich das eben übertragen lässt? Schwierig. Ja, es geht dann in einem Abschnitt um, in Anführungszeichen, spannende Mitbewohner. Mir schon vorher bekannt war Helicobacter, Pyloris. Das war ja mal, ging vor ein paar Jahren durch die Medien, dass der verantwortlich gemacht wird für Magengeschwüre und dass man so einen Antibiotika-Cocktail, also dass man A, den identifizieren kann, ob ein Mensch diesen Helicobacter hat, indem er irgendwo reinatmet. Und dann kann man irgendwie feststellen, oh, der hat diesen. Dann kann man ihm so einen Antibiotika-Cocktail geben und dann killt man damit diesen Helicobacter und ja, dann kriegt der Mensch keine Magengeschwüre mehr. Sie stellt das so dar, ja, ist so, aber der Helicobacter schadet nicht nur, er hat auch gute Eigenschaften. Es wäre also nicht schlau, ihn immer nur pauschal aus dem Körper zu entfernen. Ja, das Zweite, was jeder kennt, der schon mal irgendwie mit einer schwangeren Frau unter einem Dach gewohnt hat, Toxoplasmose. Frauen, die schwanger sind, sollten nicht mit Katzenplos in Berührung kommen, weil im Katzenkot da irgendwie so Viecher rumoxidieren, die schädlichen Einfluss haben können. Da war das besonders gemeine, dass diese, ich weiß nicht, was das jetzt war, Bakterien oder sogar irgendwas mehr Organisches, dass die wirklich Einfluss nehmen auf das Hirn, also das Verhalten des Wirtes ändern. Und ganz eklig war zum Schluss Madenwürmer. Da wünsche ich mir im Nachhinein, das hätte ich nicht gelesen. Also wenn ihr in dem Buch an den Punkt kommt, wo es um Madenwürmer geht, ist es eklig, tut euch einen Gefallen, überspringt es. Ja, dann geht es natürlich, wo es um Bakterien geht, geht es auch um Reinigung. Und es geht dann darum, zu viel Reinigung ist auch nicht gut. Gut, und da lese ich etwas vor, wo ich doch sehr gelacht habe. Mehr als 95% aller Bakterien auf dieser Welt tun uns nichts. Viele helfen uns sehr. Desinfektion hat im normalen Haushalt nichts zu suchen. Außer jemand in der Familie ist krank oder der Hund hat auf den Wohnzimmerboden gekackt. Wenn auch noch ein kranker Hund auf den Boden gekackt hat, dann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dampfreiniger, Sakrotanflutung, kleine Flammenwerfer, so etwas kann auch Spaß machen. Wenn der Boden voller Schuhabdrücke ist, dann reicht allerdings Wasser und ein Tropfen Reinigungsmittel. Also dieses übertriebene Sakrotan. Früher gab es Sakrotan, glaube ich, als erstes dieses Spray. Und irgendwann gab es dann auch Feuchtigkeit, so feuchte Tücher und dit und jenes. Also so nach dem Motto, killen Sie alle Bakterien in Ihrer Umgebung, schaffen Sie meistens eh nicht. Und so schlimm ist es auch nicht. Ja, dann kam noch ein Abschnitt, der ist neu in dieser Ausgabe, weil es steht vorne auch drauf. Sie hat eine aktualisierte Neuausgabe. Da seit dem Buch, seitdem sie das Buch wohl ursprünglich geschrieben hat, sind ein paar Jahre vergangen. Sie hat dann nochmal ein Zusatzkapitel geschrieben, nämlich Neues zur Darm-Hirn-Achse, aktuelle Forschungsergebnis. Ja, und am Ende kommt dann das übliche Dank und sie nennt es wichtigste Quellen und erklärt das mit sozusagen alles, was nicht in Standardlehrbüchern steht, weil sonst wären die Quellen wahrscheinlich, das Quellenverzeichnis wäre wahrscheinlich so dick wie das Buch. Und deshalb nur die wichtigsten Quellen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Literatur oder Lektüre, ja, auch aus der Abteilung Wissenschaftskommunikation. Wie ich anfangs schon erwähnte, gibt es mittlerweile von fast jedem Körperorgan gibt es da ein Buch. Ich fand es ein bisschen besser lesbar als Ganzohr. Es ging aber nicht, jedenfalls mein Eindruck, nicht ganz so in die, ja, technisch ist das falsche Wort, in die Tiefe, nicht im organischen Sinne, sondern im Sinne von irgendwelchen Abläufen. Also wie jetzt da irgendwelche Stoffe, irgendwelche Synapsen triggern oder so, das nicht, aber das tut dem Ding auch keinen Abbruch. Ich wollte dann in diesem Zusammenhang noch einen Hörtipp geben. In der Folge Vrind 953 unterhält sich Holger Klein mit Florian Freistetter und der schreibt ja auch viele Sachbücher. Das sind ja hier, die letzten beiden Bücher waren ja Sachbücher, so wissenschaftliche Sachbücher. Und der erzählt, wie das denn so ist, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das fand ich sehr interessant, weil viele Podcaster schreiben ja Bücher. Ja, Huxilla hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. Dann hier Chris Marquardt, der Fotograf oder auch seine, letztens wurde mir gesagt, seine Verlobte Monika, die Nahlinse, hat ja auch schon Bücher geschrieben. Und das ist ganz interessant, dass mal einer erzählt, wie so dieser Schreibprozess ist, aber auch alles, was so drumherum ist mit dem Vertrag. Eine Bekannte von uns hat ja ein Buch geschrieben und meine Frau hat die Illustration gemacht. Und die hat dann komplett, wir hatten dann auch, also die, ich war da ja nicht dran beteiligt, sie haben dann auch überlegt, wie sie das machen mit dem Verlag. Und haben sich dann entschieden, wir machen das alles selber, beziehungsweise die Autoren mit ihrem Mann zusammen. Die haben eine kleine Werbeagentur und die haben sich dann dahinter geklemmt und haben das alles selber organisiert. Und das ist wirklich ein Hintern voll Arbeit. Deswegen fand ich das interessant zu sehen, wie das ist. Florian Freistetter, der hat halt einen Verlag, der sich darum kümmert. Dafür kommt halt pro Buch auch weniger Geld vielleicht bei ihm an, aber auch bei dem Buch, was jetzt da die Autorin geschrieben hat und meine Frau illustriert hat, auch da entstehen keine Reichtümer. Schon gerade deshalb, weil es sich nicht in bedeutenden Stückzahlen verkauft. Aber gut, das soll es zum Buch gewesen sein. Ja, das nächste Mal hoffe ich, wird nicht wieder so lange dauern. Ich hatte ja auch, der eine Grund, warum es so lange gedauert hat, war ja, ich hatte diese Doppelarbeit gelesen, aber die habe ich ja im Justian-Podcast vorgestellt. Und dieses Buch da mit Scham hat auch sehr lange gedauert zu lesen, weil es sehr umfangreich ist und ich auch in letzter Zeit oft, nach zehn Minuten, fallen mir die Augen zu abends. Vielleicht muss ich mal auch mehr tagsüber lesen. Das Buch, was ich jetzt lese, verrate ich das? Nö, lasst euch überraschen. Keine Ahnung, wann es kommt. Ihr werdet es gewahr und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020